Zur Generalprobe kamen die Kinder der Grundschule Bockhorn auf den Wochenmarkt. Mit ihren T-Shirts mit dem Aufdruck Klasse, wir singen, stellten sie sich auf und dann ging es auch schon los. Die Mädchen und Jungen trugen einige Lieder aus dem großen Repertoire des Projektes Klasse, wir singen vor. An diesem Freitag ist dann der große Auftritt der Bockhorner Schüler in Oldenburg, und zwar zusammen mit vielen anderen Grundschülern aus dem Nordwesten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017